Junge, ich hab doch grad nachgerechnet. Ich hab grad mal halb so viel Bier getrunken wie letztes Jahr um die Zeit. Und trotzdem kriegst du komische Männertittchen hier. Wie krieg ich die wieder weg? Bene! Bene! Neben der Tatsache, dass du einen Körperfettanteil von 15% oder weniger benötigst, solltest du natürlich auch deine Brustmuskulatur ordentlich austrainieren. Kurze Anatomie. Wir können die Brustmuskulatur in drei Anteile aufteilen, den oberen, mittleren und unteren Anteil. Und um diesen unteren Anteil geht es heute. Alle drei Brustanteile bewirken eine Antiversion, Adduktion und Innenrotation. Gerade die Muskelfasern des unteren Anteils wollen bei vielen trotz schweren Bankdrücken und ähnlichem nicht wirklich wachsen. Merke dir, je näher die Arme am Körper adduziert werden, umso besser triffst du die untere Brust. Und die folgenden Übungen eignen sich dafür. Inclined Push-Ups, Negativ-Bankdrücken mit Kurz- oder Langhantel, Bandit-Adduktion von diagonal oben, Bodyweight-Dips oder Cablecross von oben.